Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Haupt-Easter Egg auf Mauer der Toten lösen könnt. Ich werde euch alle Schritte und alle Fundorte, alle Teile zeigen. Falls ihr diese schon kennt, könnt ihr diese Schritte einfach überspringen. Damit es einfacher für euch ist, werde ich wie immer Zeitstempel in der Beschreibung und im angebunden Kommentar hinzufügen. Vorweg, das Easter Egg kann man Solo oder Koop machen, jedoch ist das Solo derzeit etwas verbuggt bzw. kann verbuggt sein. Das ging mir in meinen ersten zwei Runs so und ich habe dann im Endeffekt von Solo auf Koop gewechselt, um eben zum Bossfight zu gelangen. Also wenn ihr könnt, spielt derzeit im Team, bis das gefixt wird oder wenn ihr niemanden habt oder Solo spielen wollt, dann hofft einfach, dass euer Schritt nicht glitscht. Als Klasse habe ich, wie meistens immer, die Hauer benutzt und Etherschleier, aber ihr könnt auch zum Beispiel den Feuerring benutzen, der hilft euch definitiv im Endkampf. Ansonsten spielt einfach mit der Waffe, die ihr persönlich mögt und holt euch definitiv im Verlauf des Spieles einmal die Wunderwaffe. Aber ihr braucht sowieso viele Schritte. Wie genau das alles funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Schritt 1 ist wie immer Strom anschalten und Packer Punch aktivieren. Dafür im Untergrund einmal den Stromschalter finden, die zwei Sicherungen von den Sturmgegnern holen und dann Strom einschalten. Und dann eben noch Packer Punch aktivieren, indem ihr eben dort die Zombies nach der Aktivierung tötet. Schritt 2 ist dann einmal Klaus zusammenzubauen. Dafür braucht ihr zwei Teile an sich. Die Batterie und die Hände. Die Hände bekommt ihr, indem ihr in Hotelzimmer 305 mit einem Hirnfäule, also Brain Rod Zombie, die Barrikade an der Tür zerstört. Ihr bekommt einmal Hirnfäule, indem ihr am Packer Punch Automaten unter Modifikation einmal eben Hirnfäule, also Brain Rod auswählt. Kostet euch 2000 Punkte für eure Waffe, ihr müsst sie nicht gepäckabhanscht haben, um den Modifikator einmal hinzuzufügen, soweit ich weiß. Ihr könnt nun eben einmal, wenn die Barrikade zerstört ist, hier vom Bett die Hände aufnehmen. Die Batterie für Klaus bekommt ihr von dem ersten Krasny Soldaten, der spawnt. Das sollte auf Runde 10 sein. Mit diesen zwei Gegenständen könnt ihr Klaus im Unterschlupf einmal zusammenbauen. Wir müssen Klaus aber auch mindestens einmal für das Easter Egg später verbessern. Also buddelt einmal die Mikrowellenschüssel hier beim Checkpoint Charlie aus, also bei den Wachtürmen. Einfach buddeln, bis ihr diese Schüssel bekommt und geht dann damit zur Kleidungsfabrik. Hier gibt es eine Verbesserungsmaschine für Klaus. Ihr könnt dort die Schüssel einfügen, um Klaus befehlen, hineinzugehen, sobald der kleine Monitor oben rechts grün ist. Damit Klaus in die Maschine geht, müsst ihr ihn aktivieren und ca. 25-30 Zombies töten lassen. Dann sollte der Monitor grün sein und Klaus kann verbessert werden. Dafür ihn einfach davor abstellen, er sollte automatisch hineingehen. Ihr müsst Klaus nun eine Minute lang beschützen. Wenn ihr das Ganze nicht schafft, dann könnt ihr das einfach nochmal wiederholen, wenn ihr Klaus wieder ruft. Sobald ihr also könnt im Verlauf eures Spiels, denkt daran, ihn zu verbessern. Seine zweite und dritte Verbesserung braucht ihr für dieses Easter Egg nicht. Wenn ihr es aber machen wollt, könnt ihr es natürlich machen. Sobald ihr Klaus habt, solltet ihr auch versuchen, die Wunderwaffe mit den Wunderwaffen-Easter Egg zu bekommen, beziehungsweise sie aus der Box zu ziehen oder von den Belohnungen zu bekommen. Umso mehr Spieler ihr seid, umso besser ist es zum Beispiel, die Belohnungen zu machen, denn nur eine Person kann sie aus dem Safe ziehen. Und ich persönlich finde im Moment ist die Wunderwaffe eine der besten Sachen für den Endboss-Vorkampf und ihr braucht mindestens eine, um eben die Easter Egg-Schritte zu machen. Für das Wunderwaffen-Easter Egg müsst ihr einmal mit Klaus zum Schaltersteuerungsraum gehen und dort ist hier ein Schrank mit einer schwarzen Null. Stellt Klaus hier ab und öffnet den Schrank mit ihm. Dort findet ihr eine Schwarzlicht-Taschenlampe. Nehmt sie auf und ihr könnt zwischen Schwarzlicht und normalen Licht hin und her wechseln. Jeder Spieler kann die einmal aufnehmen, wenn er sie aufnehmen möchte. Ihr müsst nun die drei Codes für den Safe in Hotelzimmer 305 finden, in dem sich eben die Wunderwaffe befindet. Dafür müsst ihr mit dem Schwarzlicht die Wände ableuchten und euch die Zahlen notieren oder merken. Pro Zahl und Raum gibt es drei Spawnstellen für den Code. Für Drehrad Nummer 1 in der Kleidungsfabrik kann die Nummer einmal hier über dem Durchgang sein, einmal hier hinter den Kleidungen oder hier bei der kleinen Treppe an der Wand. Für Drehrad Nummer 2 müsst ihr im Personalflur nach eurer Zahl suchen. Entweder hier über den Durchgang, hier an der Wand unter den Rohren oder im Gang hier an der Wand. Und für Drehrad Nummer 3 geht es in den Lebensmittelladen. Rechts neben dem Fenster hier ist ein Swanpunkt, einmal hier im Regal oder hier an der Wand. Ihr gebt nun eure Safe-Kombination ein und ihr werdet eine Wunderwaffe aus dem Safe erhalten. Wenn ihr die Zahlen eingebt, by the way, sollten euch keine Zombies angreifen, bis ihr eben aus dieser Sequenz, dass ihr eben den Hebel, also die Klinke benutzt, einmal herauskommt. Ja, kommen wir zum nächsten Schritt. Wir brauchen nun den Hacking-Helm. Dafür braucht ihr einmal eure Wunderwaffe und mit dieser müsst ihr verschiedene Dinge anschießen, um drei Teile für den Helm aufzusammeln. Ich glaube auf Deutsch heißt der Hack-Helm oder Hack-Helm. Ich weiß nicht, wie wir uns das aussprechen sollen. Also, im Spawn ist einmal hier eine Antenne. Schießt diese mit eurer Wunderwaffe an und ihr werdet sehen, dass so ein goldenes Teil auf dem Boden landet und ihr müsst es aufheben. In der Geisterstation hier neben dem Schild Weinmeisterstraße ist eine Metallbox. Schießt diese an mit der Wunderwaffe und sammelt hier euer Teil auf. Und das dritte Teil ist im Elektrofachmarkt. Hier gibt es wieder mehrere Radios. Schießt alle Radios ab, bis ihr das richtige Radio getroffen habt und sammelt hier euer Teil auf. Ihr habt nun alle drei Teile. Geht zurück zum Unterschlupf, geht zu Klaus und dort könnt ihr an ihm dran einmal den Helm bauen. Im nächsten Schritt müssen wir zurück zum Kanalisationszugang. Hier ist eine steinernde Mauer. Ruft einmal Klaus eben mit dem Helm und stellt ihn vor der Mauer ab. Klaus wird die Mauer zerbrechen und eine Stahltür wird sichtbar. Ihr braucht nun wieder eure Wunderwaffe mit dem Blazer Mod Kit, sodass ihr die KRBRTRN Erleuchtung habt. Ihr bekommt das Mod Kit einfach random, indem das ihr Zombies mit eurer Wunderwaffe eliminiert. Findet ihr es also im Verlauf des Spieles am Boden, behaltet es, um diese Tür zu öffnen. Insgesamt gibt es drei verschiedene Mod Kits, die ihr aufnehmen könnt. Mit dem Blazer Mod Ausgerüstet könnt ihr nun eben die Stahltür zum Schmelzen bringen und die Tür zu einem neuen Raum öffnen. Ihr werdet nun einen Dialog hören und ihr könnt zum Beispiel einen Kanister hier mit einem roten Kraftfeld sehen. Wartet den Dialog ab und spielt eine Runde, dann sollte das Kraftfeld verschwunden sein. Wir kommen zum nächsten Schritt, den Kanisterschritt. Nachdem das Kraftfeld verschwunden ist, könnt ihr nun drei Kanister aufnehmen. Die könnt ihr einfach alle direkt aufnehmen, sollten im Inventar drin sein. Also ihr müsst nicht jetzt für jeden Kanister einmal hin und her rennen am Anfang. Diese müsst ihr in drei grüne, leuchtende Behälter auf der Karte verteilt hineingeben. Wo sich diese Behälter befinden, ist pro Spiel unterschiedlich. Und ich zeige euch nun einmal kurz alle Fundorte auf der Karte, wo einmal diese Behältnisse sein können. Und ich zeige euch, und ich zeige euch, und ich zeige euch, also nicht die Behälter auf die habels quell. Und ich zeige euch, wenn ich ein paar gibi, ne- Ich zeige euch auch. Und ich zeige euch, Das war's für heute. Ihr solltet nun drei grüne Behältnisse gefunden haben und legt bei jedem einmal einen Kanister ab. Zurück im Geheimlabor müsst ihr nun hier seitlich einen Endstationsköder holen. Schießt das schwarze Teil hier einmal mit der Wunderwaffe an, damit der Köder erscheint. Diese Feind kennt ihr bereits von Fireballs beispielsweise. Geht mit einem der Köder zu einem der grünen Behältnisse, wo ihr euren Kanister eben abgelegt habt und schmeißt den Köder neben oder auf das Behältnis drauf. Es werden nun drei Sturm-Boss-Zombies spawnen, welche ihr eliminieren müsst, um den Kanister aufzufüllen. Im Solo-Modus habe ich pro Kanister bzw. Köder nur drei von den Sturm-Zombies gebraucht, bis der Kanister gefüllt war. Im Vier-Spieler-Game haben wir sechs pro Kanister gebraucht und mussten pro Behältnis zwei Köder verwenden. Denkt also daran, dass es möglich ist, dass ihr mehr Sturm-Zombies braucht, also damit eben der Kanister aufgefüllt wird, umso mehr Spieler ihr eben in dem Spiel habt. Im Koop kann ein Teammate, wenn ihr drei Sturm-Zombies bereits eingesaugt habt, einen weiteren Köder werfen, damit ihr drei weitere einsaugen könnt, um den Kanister komplett aufzufüllen. Nehmt den Kanister auf, wenn er lila ist, also dann ist er voll, und bringt ihn dann zum Geheimlabor zurück. Ihr werdet hier dann verlangsamt, wenn ihr ihn eben tragt, und es spawnen Zombies, also passt ein bisschen auf. Wenn ihr Outbreak viel gespielt habt, kommt euch dieser Schritt wahrscheinlich sehr bekannt vor. Legt dann den vollen Kanister hier im Labor ab, wo ihr ihn ursprünglich auch herhabt, und wiederholt diesen Schritt für die anderen zwei Kanister in den anderen zwei Verhältnissen. Normalerweise solltet ihr direkt wieder einen Köder aufnehmen können, aber wir hatten es manchmal, dass es nicht ging, beziehungsweise wir eben erst eine Runde spielen mussten, um erneut einen Köder aufzusammeln. Kann also leider wieder etwas buggy sein. Macht das, wie gesagt, für alle drei Kanister, bis alle drei vollen Kanister im Labor hier sind. Im nächsten Schritt müssen wir einmal einen Zug zum Stillstehen bringen. Ihr habt nun euren mindestens einmal verbesserten Klaus. Ruft Klaus und geht in den Schalter-Steuerungsraum. Hier gibt es einen Hebel. Betätigt diesen und es wird einen Zug durch die U-Bahn rollen. Sobald ihr den Hebel betätigt habt, stellt Klaus hier gegenüber von Mule Kick, also Eselstritt, auf dem Gleis ab und er wird den Zug aufhalten. Ihr habt nun eine begrenzte Zeit, um in den Zug zu gehen und dort einmal eine Bombe und eine Schlüsselkarte aufzuheben. Könnt ihr eure Teile nicht aufheben, so wiederholt den Schritt mit Klaus dem Hebel und den Zug einfach und versucht es nochmal. Beim ersten Mal hatte ich zum Beispiel eine Bombe aufgenommen und ich glaube, ich habe ein Intel aufgenommen, statt der Schlüsselkarte und dachte, ich habe die Schlüsselkarte und hatte die Schlüsselkarte natürlich dann nicht und habe das einfach nochmal wiederholt. Also passt auf, dass ihr auch die Schlüsselkarte aufnehmt und nicht zum Beispiel das goldene Intel, was auch da irgendwo rumliegt. Die Bombe müsst ihr bei den vollen Kanistern einmal ablegen und mit der Schlüsselkarte geht es zurück zum Unterschlupf, eben wo Klaus ist, an diesen kleinen Monitor hier. Bevor ihr die Schlüsselkarte aber aktiviert, schaut euch bitte zuerst den nächsten Schritt an, denn ihr werdet ein Zeitlimit haben. Ja, im nächsten Schritt aktiviert ihr mit der Schlüsselkarte den Monitor bzw. den PC hier im Unterschlupf und durchsucht einmal die Dateien, bis ihr den Satellit aktivieren könnt. Sobald ihr den Satellit aktiviert, wird ein Boss-Zombie spawnen. Ihr könnt den Satellit hier unten oder zum Beispiel im Zelt neben der Belohnungsstation aktivieren oder in dem anderen grünen Zelt auf der anderen Seite der Berliner Straße neben der oder bzw. hinter dem U-Bahn-Eingang. Sobald ihr den Satellit aktiviert habt, wird in der Mitte bei Packer Punch ein Megaton-Boss-Zombie mit anderem Boss-Zombie spawnen. Erledigt diese Boss-Zombies, am besten die kleinen zuerst und dann den Megaton und er wird euch dann Uran fallen lassen. Insgesamt zwei Stück, jede Megaton-Hälfte droppt einmal Uran. Im Solo-Modus müsst ihr erst eins und dann das andere aufsammeln, im Koop können einfach zwei Spieler jeweils einen Teil aufsammeln. Ganz wichtig ist, sobald ihr einmal die zwei Megaton-Hälften besiegt habt und das Uran gedroppt wurde, habt ihr einen Timer, der runterläuft. Also müsst ihr den nächsten Schritt innerhalb dieser Zeit schaffen. Nehmt also einmal Uran auf und lauft damit zur Werkbank hier im grünen Zelt, entweder neben der Belohnungsstation oder neben dem U-Bahn-Eingang. Und baut ein neues Teil zusammen. Ganz wichtig, das ist der Schritt, der im Solo-Modus bzw. auch im Koop buggen kann. Ich konnte hier nichts zusammenbauen im Solo-Modus und auch im Koop-Modus dann nicht und es brach immer mein Bauen ab. Passiert euch das, dann könnt ihr versuchen im Solo-Modus euch down gehen zu lassen oder im Koop-Modus lasst den anderen Mitspieler einfach das Teil zusammenbauen. Dafür müsst ihr natürlich euer Uran einmal fallen lassen. Auf PC ist es die Taste C auf Standard und auf Controller sollte es das D-Pad einmal runter sein. In unserem Koop-Spiel hatten wir zwei Spieler mich angeschlossen, die es nicht bauen konnten und bei den anderen zwei ging es. Denkt auch daran, solange ihr das radioaktive Material tragt, werdet ihr Leben verlieren. Baut nun das neue Teil hier an der Werkbank zusammen und lauft damit zum Dach. Im Solo-Modus müsst ihr erst ein Teil bauen und hochbringen und dann das zweite Teil bauen und hochbringen. Im Koop-Spiel könnt ihr einfach zwei Spieler, wie gesagt, haben, die jeweils ein Teil tragen. Mit dem neuen radioaktiven Teil geht es nun hier zu der Seilrutsche mit dem Korberschriftzug. Bringt ein radioaktives Teil zu einem Ende der Seilrutsche und legt es dort ab und bringt dann das andere Teil zum anderen Dach, also zum anderen Ende der Seilrutsche und setzt es dort eben drauf. Wenn beide Teile auf der Seilrutsche sind, werden sich beide in der Mitte treffen und es wird ein reiner Stein auf die Straße unter der Seilrutsche einmal fallen. Einfach dann runter rennen und den reinen Stein aufsammeln und diesen zurück ins Labor zu den Kanistern transportieren. Wir brauchen nun noch einen weiteren Stein. Wichtig ist, sobald ihr den zweiten Stein ins Labor bringt und ablegt, wird der Bosskampf beginnen. Wir haben den Stein einfach vor den Kanistern abgelegt und uns dann ausgerüstet, bevor wir eben in den Endkampf gingen. Seid aber vorsichtig, nicht dass der Stein irgendwie rumbackt und dann verschwindet. Also ich garantiere euch nicht, dass wenn ihr den ablegt, dass er ein paar Runden noch da ist. Hat zwar bei uns funktioniert, aber wer weiß. Ihr beendet die Runde und aktiviert dann nochmals den Satellit am PC. Es wird wieder ein Boss spawnen, ihr werdet wieder einen Timer haben. Dieses Mal spawnt der Boss oben am Dach, erledigt diesen wieder für eben das Uran. Einmal die zwei Hälften an der Werkbank zusammenbauen, ist genau der Schritt wie beim ersten Mal. Und wieder bei derselben Seilrutsche einmal an beiden Enden das Teil abliefern und einmal das Uran kollidieren lassen. Und dann auf der Straße den reinen Stein aufsammeln und diesen Stein dann eben zum Labor bringen. Kommen wir dann zum Endkampf. Für den Bosskampf empfehle ich euch auf jeden Fall die Wunderwaffe. Ich hatte sie einmal verbessert, aber umso mehr, desto besser. Ich finde die Basic-Wunderwaffe besser als die Mod-Kids. Wenn ihr aber keine Munition mehr habt, also eine Wunderwaffe habt, dann nehmt immer einmal ein Mod-Kit auf, denn es gibt extra Munition. Ich würde euch auch empfehlen, ein paar Perks zu kaufen. Zumindest so die Standard-Perks wie Juggernaut, Quick, Speed und Stamina. Rüstung hilft auch unheimlich. Als Ausrüstung ist die Death-Machine, also der Todbringer, sehr gut meiner Meinung nach. Ihr könnt zwischen den Bosskampfphasen auch an den Packer Punch oder einmal an die Werkbank gehen, wenn das auf dem Weg liegt und ihr die Zeit habt. Und denkt daran, es gibt Munitionskisten für Munition, wenn ihr das nachkaufen müsst. Legt also den zweiten reinen Stein hier im Labor ab und Valentina wird spawnen. Diese hat eine Lebensleiste und einmal eine Schildleiste. Außerdem hat sie drei Angriffe. Einmal einen Feuerangriff, lauft bei dem einfach aus dem Schuss fällt, um eure Rüstung zu behalten. Dann hat sie einen Angriff, wo sie einfach Zombies beschwört. Teilweise müsst ihr da ein bisschen aufpassen, nicht dass es sich Leben wieder hinzufügen lässt. Und die dritte Attacke ist eine Insta-Kill-Attacke. Bei der dritten Attacke wird euer Bildschirm etwas blau am Rand. Und wenn ihr das seht, dann versteckt euch vor ihr, beziehungsweise legt euch hinter Barrieren, sodass ihr sie nicht mehr sehen könnt. Sodass euch diese Attacke eben nicht trifft, weil ihr nicht Insta-Down gehen wollt. Um Valentina zu besiegen, schießt auf ihr Schutzschild, bis es verschwindet, und versucht dann so viel wie möglich Schaden bei ihr anzurichten, bis sie ihr Schild wieder aktiviert. Hierfür ist die Wunderwaffe sehr, sehr gut geeignet. Macht ihr das lang genug, so verschwindet Valentina und Phase 1 ist überstanden. Ihr habt nur ein paar Sekunden Zeit, euch wieder aufzurüsten, bis die nächste Phase startet. Ihr könnt aber auch direkt zu Valentina laufen. Ihr seht ein Ausrufezeichen auf der Karte, wo sie eben ist, und wieder auf sie schießen und die nächste Phase beginnen. Macht das so lange, bis ihr alle Phasen abgeschlossen habt. Und in der letzten Phase wird Valentina wieder im geheimen Labor sein. Schießt wieder ihr Schild kaputt und erschießt ihre Lebensleiste herunter und besiegt Valentina. Und ihr bekommt einmal, wenn ihr zu ihr hingeht und das Ganze einmal aktiviert, eine Cutscene. Aber Achtung, ganz wichtig ist, es gibt noch einen weiteren Schritt. Nach der Sequenz müsst ihr Klaus beschützen. Der die Bombe in den Teleporter bringt, beziehungsweise das Licht bringt. Also vergesst nicht, dass ihr das noch machen müsst, weil ansonsten könnt ihr euer Easter Egg nicht abschließen. Es werden hier dann einmal Zombies und Boss-Zombies spawnen. Also passt auf, dass ihr hier am Ende, wie gesagt, nicht scheitert und euren Klaus einfach schon beschützt. Sobald ihr Klaus dann hier erfolgreich eskortiert habt, wird das Easter Egg abgeschlossen und eine weitere Sequenz wird abgespielt und ihr erhaltet eure Visitenkarte. Ja, Gratulation, ihr habt nun das Mauer der Toten Easter Egg abgeschlossen. Sucht ihr Mitspieler, dann schreibt es doch in die Kommentare. Vielleicht findet ihr welche hier unter dem Video. Ansonsten, bei Änderungen gibt es Info im angepinnten Kommentar. Danke fürs Gucken, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß beim Selberspielen. Vielen Dank.